ich möchte auf jeden fall weiß und schwarz haben so richtig schön modern sachen scheinbar reinlegen so jetzt fehlen noch ein paar so und zack jetzt noch jetzt fehlen noch viele habe ich jetzt gerade nicht im Blick. Okay, ich habe zu viele gemacht. Oder? Oder drei, fünf, ich müsste eigentlich genau hinkommen. Ja. So, und jetzt müsste nichts mehr... Oh, es ist ein Block. Ja, es waren 36, nicht 35. Gut. Das müsste passen. Wie viel Uhr? Ja, wie viel Zeit haben wir da? Ja, dann kann ich da noch was bauen und dann das Teil da drauf befestigen. Ja, ich habe es. Tchum. Hm. Hallo? Es sieht auch viel schöner aus als das Chisel da. Also das Quarz von Geostasis sieht viel schöner aus. Ja, sonst würde ich das machen. Schade, war zu wenig. Ich glaube, ich kann auch nur für ein Land machen, wenn ich ein Land dabei hätte. Ja, sonst würde ich das machen. Ja, sonst würde ich das machen. Eigentlich. So, unten gehe ich einmal kurz. Zum Strafenland. 1,5 Hunger. Ja. 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 Das ist eigentlich nicht wenig. 1,5. Wenn man das mal so sieht. So, vielleicht treffen wir auch nochmal einen Enderman. Oh. Ich würde sagen, ich fliege schnell wieder zurück. Denn ich habe dummerweise vergessen nachzutanken. Ah. Dummheit stützt vor Strafe nicht. Unwissenheit stützt vor Strafe nicht. Ist beides richtig, meine ich. Hm. Was auf jeden Fall noch cool wäre, wären die... Ähm. Dann stelle ich mich einfach hier hin. Mach das zu. Ach. Ich kann gar nicht mehr. Das ist ja noch besser. Zack. Dann lache ich mal ein bisschen auf. Gucken inzwischen hier wieder nach. Ah. Das Appetite kann da eigentlich auch rein. Mal eben kurz. Das brauche ich nicht. So. Sensen. Tomato Seeds können auch weg. So. Dann. Oder Mushrooms. Dazu brauche ich Mushrooms. Hallo. So. Jetzt müsste ich inzwischen aufgeladen sein. Ja. Mal kurz die Schuhe aufladen und damit das ganze Ding aussaugen. Dann noch mal gucken. Oh. Oh. Ich sehe mal wieder. Ich habe massive Frame Drops. massiv. Jetzt geht's wieder. Aber ich fürchte, dass mein Technik-Kram da ziemlich viel an meinen Frames werkeln lässt. So, immer mal wieder ein bisschen Energie sparen. Damit wir nicht zu viel verbrauchen. Und dann auf ins Schlaraffenland. Wo die Menschen grün sind und Kaugummis aus Schuhen wachsen, also nein, Lakritz wächst aus den Schnürsenkeln. Was passiert noch? Zahnfee. Ne, Zahnfee war woanders. Ja, werdet ihr bald erfahren. Ich glaube, in 100 Tagen oder so. denn ich nehme gerade ein weiteres Projekt noch auf und zusammen mit jemand anderem dann könnt ihr mal reingucken und vielleicht findet ihr da was Schönes drin. so, die Trees white Okay, ich habe nichts bekommen. Ach, hier oben war noch was. Gut. Da ist weiß. Light Grey und White. Super. Jetzt habe ich natürlich... Obwohl, ist mein Schwert schnell. Okay. Ja, ich kann jetzt alles mitnehmen. So. So. Weiter geht's. Natürlich kann ich nicht alles mitnehmen und ich bin schon wieder zu doof zum Fliegen. Obwohl. Orange, Purple. X6. 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 Ach nein, ich hätte einfach die anderen. Die Tomate kann ich nicht essen. Okay. Weiter. Ach, hallo, Q. Ja, ich weiß nicht, wo ich dich tue, um dich zu befreien. Wir wissen es in der nächsten Runde. Es ist einfach nur auch gut. Es ist einfach nur auch gut. Aber du stehst jetzt da, wo ich baue. Aber du stehst jetzt da, wo ich baue. Das ist vielleicht nicht so optimal. Auf jeden Fall habe ich schon etwas an weißem Zeug gewonnen. Und der weiße Lenz. Nichts. Oh, no. Jetzt kann ich keine OP-Äpfel aufnehmen. Doch, Golden Apple. Super. Ja, jetzt habe ich aber die Äpfel nicht. Ah. So. Ist sonst noch was? So. Die Rainbow Tree ist geil. Ein Ding, was wir abwerfen. Juhuhu. Und noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. So. Und viel mehr. Viel. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh. Ja, noch sogar zum Looten. Ja, vielleicht? Oh. Oh. Die Wattbrot. Ja, es kommt davon, wenn man so ein ganzes Schwert hat. Oh. 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 Vielen Dank.